Was kommt denn als nächstes? Duell im Spielzeugladen. Oh, oh, das ist so ein Alien. Boah, das sieht... Boah, ich... Boah, sieht das aus. I kill you. Oh, da ist Leben. Leben ist äußerst gut. Ich weiß nicht mehr, was er genau macht. Ich glaube, der lässt da so Viecher raus. Und die Kamera verarscht mich schon wieder, wo es nur geht. Er sagt, genau, da kommen dann so Dinger raus und die muss ich killen. Tja. So, jetzt hat er Leben verloren. Aua! Leben verloren. Weiter geht's. Was kommt jetzt? Bestimmt so ein blaues Fliegeding, oder? Ah, ich dachte jetzt... Zuerst das andere blaue Fliegeding, aber mit dem nehme ich es auch auf. Aua! Geh weg! Lauf mich in Ruhe, du Arsch! Jawohl. Ich glaube, ich muss draufschießen. Ich habe es noch nicht begriffen. Ach, das ist wieder so ein Hupfertyp. Um das Handzwoar. Boah, leg da! Au! Ne, der macht das doch random, oder? Ich habe doch das andere gerade abgeschossen. Wenn das kein Spiel und von Zuck ist. Au! Ah, das Auto! Au! Machst du jetzt kaputt, das Auto? Jawohl! Okay. Der hat schon Leben verloren, aber jetzt irgendwie noch nicht so viel, wie ich dachte. Da ein ganz blödes Gefühl, dass ich das... Ach, ich muss ihn abschießen und dann... Achso! Oh, die Kamera, ich schwöre es euch, die Kamera, das ist das Beschissenste, was erfunden wurde in dem Spiel. Wenn man sie drehen könnte, aber ich kann ja gar nichts machen. Oh, nein. Der geht ja noch. Ich meine, den kann ich... Aua! Den kann ich einfach wegdrehen. Jetzt hat er keine so Boxen mehr. Bin ich gespannt, was er macht. Au! Okay. Ich glaube, dass... Jetzt geht es nur noch ums. Absolute Eliminieren. Bam! Kabusch! Kabumbusch! And beyond! I got it. I got it. Gucken, ob ein Filmchen kommt. Na, erst speichern. Filmsequenz erspielt. Ich riech! Ich riech! Ja, 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 ja! Ich riech! Ich riech! Geh, 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 geh. Geh, geh, geh-geh! Huh? es ist ein Erzfeind befreit. Zerstöre Buzz Lightyear, zerstöre Buzz Lightyear. Auf und ab, das kenne ich. Das ist mit den Aufzügen, das ist kacke. Das ist das Zweitblödste nach dem Rinner-Level. Wie du es gesagt hast, Echsenmann. Unter dem Schatten links. Okay, in Reihe folgen. Das ist ein Lockbuch. Sind unbemerkt in feindliches Territorium eingedrungen und arbeiten uns durch die Katakomben von Zurgs Festung vor. Seit der Begegnung mit den Waches da drüben dreht der Torch. Oh nein, wo müssen wir jetzt lang? Da lang. Warum bist du so sicher? Ich bin Buzz Lightyear, ich bin immer sicher. Wir sind entdeckt worden. Die Wände, wir müssen zusammen. Hilf sie blockieren, Wurzel, du mühse Mann, oder wir werden zerquetscht. Setz mich sofort ab, du spinne. Hey Leute, seht doch, es ist nicht die Wände, es ist der Aufzug. Kommt, wir haben keine Zeit zu verlieren. Alle mal uns festhalten. Was? Hey, was? Wieso nehmen wir nicht einfach den Aufzug? Weil sie uns da bestimmt erwarten. Wurzelgemüse, Mann. Alles klar. Aufzug! Äh, mal gucken, wo was hier los ist. Okay. Hier bekomme ich, glaube ich, den Enterhaken jetzt auch endlich. Das ist das Level für Enterhaken. Was sagt denn der da? Aktiviert diese Ventilatorabkürzung. Nimm des! Naja, da war noch ne Münze. Ich hab schon gehört, hierher Bass. Da ist was. Da ist auch wieder was. Das ist schon wieder so ein Ventilator, oder? Und hier ist was. Aber was sagt der mir hier? Ja, okay. Alles klar. Das ist ne super Info. Danke. Das hilft mir voll. Schau mal, warum macht man denn das? Wieso? Ah, er hat was verloren. Mhm. Mhm. Seinen Fuß. Für seinen Fuß kriege ich endlich den Enterhaken. Kletterhaken, was auch immer. Das müsste ja zu schaffen sein. Hier ist Strom. Ich warte jetzt mal kurz, weil ich weiß nicht, ob da... Ja, genau. Genau das hab ich gemeint. Und ich hupf... Ich, ich... Er hau mir jetzt dann selber ins Gesicht, wenn mir das jetzt dann noch ein paar Mal passiert. So, da fliegt jetzt gleich wieder Strom durch. Genau. Ich kann nicht der Weg stehen, wenn mein Laser... Okay, da muss ich dann die Flügel aktivieren. Meie, meie, meie. Oh man, das ist doch alles so zum Haare raufen. Ah, da ist das Schwein. Bin ich jetzt nur wegen dem? Hier hoch? Ist das dein Ernst? Ne. Ne. Ich fahre ein paar Münzen, mal. Keine Zeit zu verlieren. Da ist doch mehr, oder? Du verarschst mich doch. Da kann ich rüber. Dann fliegt da irgendwas komisch. Ah, die Mäuse. Genau. In dem Level muss ich fünf Mäuse sammeln. Hallo? Benutze das. Also manchmal... Manchmal glaube ich, er macht das auch... Aua, nein! Tut mir das doch nicht immer an, du blöder Penner. Du rickst mich so auf. Mein, wenn dein Gesicht denn schon so eine Strafe wäre, würde ich mich echt mehr aufregen. Dann halt nochmal. Zack, Alter. Das lief jetzt schon ein bisschen besser. So. Da ist Strom. Und da auch. Sehr gut. So. Mal gucken, wo war der Strom? Da, oder? Wo die Lampe ist. Genau. So. Da rüber. Ach, das ist sein Haxen. Habe ich jetzt schon sein Haxen? Das ist ja cool. Okay, wäre ja aber auch dumm, wenn nicht, weil... Wie soll es sonst weitergehen? Oh! So, dann habe ich einen Ratatouille und sein Haxen. Da ist eine Münze. Da irgendwo eine? Nee. Der ist auch wieder da. Gut. Äh. Äh. Zielen und... Ist das so, dann in Ordnung? Ach, das war voll daneben. Nee, da muss ich wahrscheinlich ein bisschen zurück. Und jetzt nochmal. Hä? Wie schieße ich denn den? Hey, du. Hierher war's! Mit dem Kletterhaken kannst du bestimmte Ziele aus der Helmsicht mit der R1-Taste anvisieren und den Haken... Mit der R1-Taste. Das ist rechts. In der Helmansicht. Feuer! Piu! Du wirst sicher nicht im Weg stehen, wenn mein Laser losgeht. Was habe ich da gerade eingesammelt? Ich weiß es nicht, aber irgendwas habe ich eingesammelt. Piu! Der kann halt jetzt... ...ne Kette aus seinem Arm schießen. Ist doch geil, oder? Das nenne ich mal ein Aufstieg. Muss ich da... Wo ist der Rand hier? Geht's da noch weiter hoch? Nee. Kamera! Oh, Kamera! Oh, was ist das? Ah, Schlange. Das hat mich jetzt extrem wieder mal fertig gemacht und verwirrt. Wie schon so oft in diesem Spiel. Und eigentlich auch in jedem anderen Spiel. Au! Das ist ja unfair. Wo ist denn da der Haken? Hier. Schnell! Achso, das sind Enterhaken. Verstehe. Gut. Ja, scheiß drauf. Ich nehme ihn einfach mit in den Superschuss. Habe ich nicht den Superschuss gerade eingesammelt? Boah, Mann, ey. Die überleben selbst einen Superschuss. Was sind denn das für Viecher? Was ist hier? Eine Ratte und der Dino? Darf ich dich nicht sammeln? Hallo? Was? Du kannst die Aufzüge aktivieren, wenn du das Kabelrätsel im Kontrollraum löst. Okay. Das heißt, erst mal in den Kontrollraum. Hier sind schon wieder Enterhaken. Hier sind schon wieder Enterhaken. Das ist halt einfach Feuer. Einfach Feuer haben sie da hingemacht. Schnell weg. Hui. Es wird doch langsam. Also ich werde hier... Okay, du bist lasermäßig nicht zu killen, aber mit einer eleganten Drehung um die eigene Achse. Nein. Vielleicht sollte ich einfach mal den Dreher aufladen und ihn dann ins Gesicht schießen. Das wäre vielleicht sinnvoller. Ach, okay. Ich warte schnell das Feuer ab. Ich werde nicht im Weg stehen, wenn mein Laser losgeht. So, jetzt Flott. Flotti, Flotti, Karotti. Weg. Aber was geht hier so? Ist ja auch voll die Verarsche mit dem Wind oder was. Man kann es auch unnötig schwer gestalten. Jetzt mal ernsthaft. Nochmal Wind. Boah. Er wollte mich gerade wegwehen. Ich habe es genau gespürt. Aber nicht mit mir. Ich bin der Bus Lightyear. Wo sie mir? Ah, okay. Da ist die Mutter Maus. Ich bring dir deine Mäuse, Babys. Zack. Ventilator aktiviert. Das ist jetzt die Abkürzung. Eine davon. Das heißt, ich muss den Schmarrn mit den Kettensägen hätte ich jetzt was. Kettensägenmassaker muss ich nicht mehr machen. Sowas geht hier. Wenn du den Strom einschaltest, öffnet sich die Tür und der Aufziehfunktion Aufzieh. Ach. Ja, aber was? Genau. Hallo, Mäuselein. Komm mal zu Papi. Lass das mal dem Papa machen. Komm halt her jetzt. Mei. Was sind du da? Ah, da war er noch. Jetzt, komm. Jawohl. Ist das egal, wo ich draufhupfe? Sieht so aus. Scheint egal zu sein, wo ich draufhup. Geht jetzt der Fahrstuhl, oder? Weiß nicht. Ich sehe nicht, dass sich da irgendwas bewegt. Habe ich es verkackt oder habe ich es richtig gemacht? Das ist doch jetzt die Frage. Habe ich es jetzt verkackt oder habe ich es richtig gemacht? Wenn das Ding mal mit mir sprechen würde. Schalterrätsel, haben sie gesagt. War das richtig? Hä? Hä? Ich habe doch gar nichts gemacht. Also wirklich, ich habe doch nichts gemacht. Bin doch jetzt nur da drauf gehupft. Und also ohne Plan, meine ich. Hä? Ah, jetzt fährt es wieder runter. Also hier bin ich jetzt ganz oben. Und dann kann man da so hupfen, um Sachen einzusammeln. Aha. Du willst sicher nicht dem Weg stehen, wenn mein Laser losgeht. Da ist eine Maus. Die brauche ich. Die will ich auch eigentlich haben. Aber wie kriege ich die? Kommen wir mal da rüber. So, jetzt bin ich auf dem Aufzug direkt. Und da fährt der andere. So, gibt es hier irgendwas jetzt? Ah, hier. Ach, das bist du, du Idiot. Scheiße. Das wollte ich jetzt nicht. Kriegen die Maus da an der Wand? Nein, 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 du blöde Kamera, ey. Da ist sie. Nee. Komm mal her jetzt. Dreh dich halt, du Behinderter, Mann. Oh, nervt mich doch nicht so dermaßen. Vielleicht muss ich auf so eine Plattform, dass ich die Maus dann bekomme. Das funktioniert vielleicht eher. Das heißt, ich muss jetzt erst da rüber und dann auf die andere Seite zurück, um auf eine höhere Plattform zu kommen. So habe ich das jetzt in etwa verstanden. Genau, jetzt laufen sie wieder parallel. Düh, 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 düh. Nö, das ergibt alles keinen Sinn, was ich hier gerade mache. Doch, ich will im Weg stehen. Warum verstehe ich gerade nicht, was ich vorhabe? Doch, das klappt. Jetzt kommt mir die Plattform entgegen und die muss ich nutzen. Komm her. Jetzt muss ich die Maus wieder finden, die da irgendwo sein sollte. Eigentlich so. Da. Du bist doch scheiße. Oh. Hä? Kann ich bis zum Boden runterfallen? Geht das? Keine Zeit zu verlieren. Nein, keine Zeit zu verlieren. Wo ist die Maus? Wo ist sie denn? Da jetzt irgendwo, oder? Da ist sie. Ja. Und nein. Nein.